Bevor wir gleich starten, beachte bitte den Disclaimer und Transparenzhinweis. Du willst keine Folge mehr verpassen? Abonniere jetzt den Kanal und bleibe immer auf dem neuesten Stand. Alle in der Sendung genannten Infos findest du am Ende in den Shownotes sowie auf dem Blog finanz-illuminati.com. Liebe Hörer des Finanz-Illuminati-Podcast, wir sind wieder zurück zu einem weiteren Interview heute mit Philipp und Marcel von Modern Value Investing. Philipp, Marcel, grüßt euch. Hallo. Hallo. Ja, ihr beiden, wir haben uns ja über Instagram kennengelernt. Ihr habt mich angeschrieben. Ich war vorher aber auch schon Hörer eures Podcasts. Wollt ihr den Zuhörern vielleicht einmal ganz kurz sagen, wer seid ihr, was macht ihr, wie seid ihr damals zum Investieren gekommen und wie habt ihr beide euch eigentlich kennengelernt? Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Philipp, ich bin 29 Jahre alt und ich habe oder wie bin ich zum Investieren gekommen? Ich hatte das große Glück, dass ich in meiner Kindheit in Kanada und in der USA leben durfte oder mit aufwachsen durfte und da ist ja Aktien ein total gängiges Thema und als ich dann 2009 zurückgekommen bin nach Deutschland, war ich eigentlich total schockiert, dass in meiner oder in unserer Generation eigentlich überhaupt keine Aktienkultur wirklich vorhanden war. Und ich persönlich habe mich dann immer mal so ein bisschen über diese gängigen Finanzmagazine ein bisschen belesen und bin dann aber erst so wirklich 2013 zum Investieren gekommen. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, Marcel? Ja, bei mir ist es auch 2013. Und ja, also ich bin Marcel, bin oder werde jetzt auch 29 Jahre alt und bei mir war es die Schule tatsächlich. Also ich hatte eine tolle Lehrerin, die mich dazu gebracht hatte und irgendwie hat sich das nicht mehr aus meinem Kopf rausradieren lassen. Und dann habe ich dann auch mal gewagt, während der Studienzeit zu investieren. Ja, das war so der Weg bisher. Genau. Und dann haben wir ja angefangen oder eher gesagt, ich habe ja angefangen. Ich habe letztes Jahr, ich bin beruflich sehr viel unterwegs und verbringe meistens in der Woche so drei bis vier Nächte im Hotel, außer jetzt aktuell zur Corona-Krise. Und ich bin letztes Jahr mit meinem Betriebswirt fertig geworden. Und dann hatte ich natürlich auf einmal mega viel Zeit abends. Und dann habe ich mir einfach mal aus Spaß, also was heißt aus Spaß? Ich habe jemanden kennenlernen dürfen, der sich sehr mit Aktien beschäftigt. Und der hat mir auch diesen Investments-Zil, worüber wir später nachher bestimmt auch sprechen werden, wie ich persönlich mein Geld investiere, beigebracht. Das ist ja, das sieht man ja auch ganz stark, dieses, ich gucke ja nach Gewinne, will keine Zyklika und solche Sachen, aber dazu später natürlich auch mehr. Und dann habe ich mir überlegt, Mensch, es gibt eigentlich keinen wirklichen Kanal oder keine wirkliche Plattform für fundamentale Aktienanalysen. Und das hat mich so ein bisschen gestört. Und dann habe ich mir gedacht, komm, probierst du es einfach mal aus. Und wenn man auch bei uns auf dem Kanal, auf Modern Value Investing, dass man sieht, wie die aktuellen Videos sind im Vergleich zu den ersten. Also ich gucke auch sehr, sehr gerne oder höre auch beim Joggen immer regelmäßig den Podcast von Jim Cramer, Mad Money. Und er bespricht ja jeden Abend in der USA, kommt er raus um 18 Uhr und bespricht eigentlich so, was am Tag an der Börse abgegangen ist. Und das für eine ganze Stunde lang. Und ich war so fasziniert von ihm, dass ich da so ein bisschen versucht habe, ihn nachzuarmen. Das ist dann aber leider so ein bisschen wegen der Authentizität dann auch einfach ein bisschen gescheitert. Und ja, wir haben, Marcel und ich, uns eigentlich kennengelernt. Man muss wirklich sagen, Marcel, wir haben uns kennengelernt über das Internet. Ja, genau. Nicht Tinder, wie alle denken. Ja, nicht Tinder. Genau. Wir waren bei Aktien mit Kopf in der Gruppe. Und ich habe mir überlegt, Mensch, startest du doch mal einen Aufruf? Also wir wohnen beide in Leipzig. Wer denn eigentlich so in Leipzig mit aus der Gruppe ist und ob wir nicht mal so einen Aktionärsstammtisch machen wollen. Und das hat dann eigentlich relativ gut geklappt. Und ich glaube, unser großes Glück, Marcel, war, dass wir an dem Abend dann nebeneinander gesessen haben. Ja, und dass wir die Einzigen waren, die, ja richtig, war der Erste. Und ich waren die Einzigen, die wirklich am Ende des Abends, wie es sich herausgestellt hatte, so richtig in Aktien investiert waren. Ja, also viele waren ja auch so ETFs, Fonds. Dann waren natürlich auch Versicherungsvertreter mit dabei. Also es war schon, aber es war eigentlich ein sehr, sehr schöner Abend und da haben wir eigentlich Kontakt drüber gehalten. Und dann, ich weiß gar nicht, ich glaube, es war zur Tesla-Analyse. Da hatte ich dich dann mal gefragt, Mensch, weil du ja auch sehr viel mit der Chart-Technik machst, ob du nicht einfach Lust hättest, da so eine kleine Rubrik zu machen, Chart-Technik. Genau, und das war tatsächlich die Tesla-Analyse. Genau, und da hat, halte ich fest, da hat der Marcel damals empfohlen, zu, ich glaube, 180 einzusteigen, oder Marcel? Ja, richtig, genau. Das war die Chart-Marke, die Unterstützung. Und ja, wer es gemacht hat, Glück. Also Mirko, wer auf ihn gehört hätte, der hätte jetzt eine saftige Rendite bis vor kurzem natürlich mit Tesla einfahren können. Und dann haben wir eigentlich so gemerkt, dass das eigentlich ganz gut passt, dass es auch bei der Community gut ankommt, das Fundamentale mit der Chart-Analyse. Und haben das eigentlich sukzessive, ist dann Marcel immer mehr und mehr mit eingestiegen. Dann haben wir natürlich noch die Webseite gestartet. Da haben wir auch zwei sehr, sehr gute Analysten, die mit uns schreiben. Das ist einmal der Luigi und der Peter. Der Peter schreibt ja wirklich da 15.000, 16.000 Wörter. Und ich persönlich kenne keine Aktienanalysen, die so tiefgreifend und fundamental sind. Wie er das macht, der Luigi, macht das auch super gut. Und da versuchen wir natürlich jetzt aktuell jede Woche eine Aktienanalyse auf sehr fundamentalen Daten und Chart-Technik dann auch mit rauszubringen. Wir haben jetzt auch nur unser Börsen-ABC gestartet und bringen natürlich auch regelmäßig diese Updates. Und das ist etwas, womit wir gar nicht gerechnet hätten. Das kommt mega gut an, dass wir das einfach regelmäßig nochmal die Unternehmen nochmal hervorholen. Und jetzt sind wir seit gut einem Jahr machen wir das jetzt. Wir sind auch komplett frei von irgendwelchen Investoren. Also wir machen das wirklich werbefinanziert alles. Klar, die Werbung ist immer mal ein bisschen nervig. Wir hatten es aber auch versucht, auch mal mit Unternehmen in Kontakt zu treten, hatten da aber auch nicht so wirklich gute Erfahrungen gemacht, muss man auch sagen. Also wir hatten mit zwei, ja wir hatten mit zwei Aktienunternehmen auch gesprochen aus Deutschland, ob sie uns denn ein bisschen sponsern wollten. Aber da hast du dann halt auch gleich gemerkt, die wollten uns in eine Richtung drängen, dass wir halt in eine Abhängigkeit kommen, dass wir nicht mehr das schreiben können, was wir wirklich denken über das Unternehmen. Und haben uns da auch relativ schnell dann eigentlich zurückgezogen. Und so gibt es jetzt seit einem Jahr Modern Value Investing, wollen jetzt in Zukunft noch eine Firma gründen. Das ist jetzt so das nächste Ziel, was hoffentlich nach Corona kommt. Und ja, ich weiß gar nicht. Hast du noch irgendwas dazu zu sagen, Marcel? Nein, also dem ist nichts hinzuzufügen, ja. Ich freue mich auf die weitere Zukunft. Ja, also es hat sich eine sehr, sehr tiefe Freundschaft auch entwickelt, muss man auch dazu sagen. Das stimmt, ja. Okay, das Ganze klingt natürlich sehr spannend. Also persönlich kennengelernt über einen Aktienstammtisch und dann die Webseite gemacht. Ihr habt einen YouTube-Channel, ihr habt den Podcast ja inzwischen, ihr habt den Instagram-Channel und wollt jetzt auch noch eine Firma gründen. Habt ihr dahinter tatsächlich auch so eine größere Motivation zum Beispiel in Richtung die Aktienkultur in Deutschland stärken? Oder wo geht es da genau hin? Ja, also man muss ja dazu sagen, Marcel und ich, wir sind sehr unterschiedlich. Ich bin festangestellt, Marcel ist selbstständig und ich glaube, wir beide lieben es einfach, also wir glauben beide nicht an die gesetzliche Rente. Und Marcel hat ja das große Glück, er muss ja überhaupt nicht in die gesetzliche einzahlen. Ich habe ja leider dieses Manko. Und wir glauben einfach, oder wir wollen wirklich, dass junge Leute anfangen. Also je jünger man anfängt, desto besser ist es natürlich. Also du kannst ja mit, wenn du, was weiß ich, zum Beispiel anfängst, für dein Kind 100 Euro im Quartal anzulegen und ziehst das mal durch, bis das Kind in Rente geht, dann geht das Kind eigentlich als Multimillionär raus. Und das ist ja eigentlich so die Ambition dahinter, einfach zu sagen, selber was anpacken. Und ich glaube auch, dass jeder in Deutschland, also wir haben ja das große Glück, in so einem tollen Land zu leben, hat auch jeder das Glück, zu sagen, ich denke, er kann die 25 Euro für einen ETF-Sparplan auch im Monat frei machen. Ja, so sehe ich das eigentlich auch. Also letzten Endes haben wir alle die Chance, selber was an dieser Rentenpolitik zu machen, indem wir einfach selber vorsorgen. Und das eben nicht über irgendwelche Produkte, die uns dann durch Kosten alles an Rendite wieder aufbrauchen. Und insofern ist die Chance der Aktienkultur, die wir hier in Deutschland, ja, deutlich aufbauen müssten, gegeben. Und ich denke, einen Beitrag dazu zu leisten, ist durchaus wertvoll. Und es macht darüber natürlich auch noch Spaß, ist ja auch ein Motiv. Ja, wir waren ja zum Beispiel auch letztes Jahr schon auf der Hauptversammlung von Wirecard, wollten ja eigentlich zusammen auch zur Bayer Hauptversammlung dieses Jahr fahren. Das wird ja jetzt ein reines Online-Geschäft, wie wir heute gehört haben. Die kommen zu uns. Ja, die kommen zu uns ins Wohnzimmer. Genau. Aber nein, es macht einfach sehr, sehr viel Spaß. Und ich denke, da geht es ja auch bei dir darum. Also das ist einfach diese Aktienkultur stärken, weil fest steht ja natürlich auch, wir, ich denke, diese Generation U30, wir müssen auf jeden Fall selber was machen. Und das ist so eigentlich der Antrieb, den wir daraus haben, warum wir das auch alles machen und warum wir es auch kostenlos zur Verfügung stellen und nicht mit irgendwelchen Abos, die zum Beispiel 30, 40, 50 Euro im Monat kosten. Genau. Es soll ja jedem geholfen werden. Okay, ja, verständlich. Sehe ich ganz genauso. Also deshalb ist ja auch meine Webseite und mein komplettes Programm kostenfrei. Und da finde ich das sehr gut, dass ihr das auch macht. Weil, wie ihr schon gesagt habt, die Aktienkultur in Deutschland, die muss tatsächlich noch stark gefördert werden. Jetzt habt ihr jeweils gesagt, einmal aus den USA kennst du es ein wenig anders und einmal kennst du es aus der Schule durch deine Lehrerin bereits ein bisschen anders. Und ihr beide seid ja doch sehr stark am Investieren mit dabei. Nur in Deutschland ist die Aktienkultur ja noch nicht ganz so ausgeprägt. Wie reagiert denn euer Umfeld darauf, dass ihr an der Börse tätig seid? Also ich muss sagen, bei mir ist es ganz unterschiedlich. Ich muss auch gestehen, in meinem familiären Umfeld habe ich nur meinen Großvater. Mein Großvater ist auch Aktionär, den habe ich letztes Jahr mit zur Bayerhauptversammlung genommen. Aber sonst in meinem familiären Umfeld ist keiner investiert am Kapitalmarkt. Also was ich ein bisschen erschreckend finde, vielleicht liegt es auch daran, dass viele Beamte bei mir in der Familie sind und die natürlich auch über Pensionen ganz anders abgesichert sind. Aber es ist auch so im Freundeskreis. Ich meine, ich kenne jetzt Marcel. Ich habe meine Partnerin ganz schön angesteckt mit dem ganzen Thema. Sie wird jetzt auch einen ETF-Sparplan anfangen. Aber sonst habe ich ein paar Kollegen habe ich auch, die das machen. Aber ich glaube so bei der Allgemeinheit ist noch nicht angekommen, dass man mehr machen kann, dass man auch mehr machen muss und dass man es auch heutzutage sehr einfach und kostengünstig machen kann. Also als Beispiel, ich habe ja meinen Großvater. Mein Großvater hat sein Depot immer noch bei der Volksbank. Der ruft immer noch seine Beraterin an und zahlt da 30 Euro für jede Order. Der lässt sich da aber auch überhaupt nicht belehren. Aber das muss man machen. Er macht ja wenigstens was und er macht das ja auch schon seit Jahren und er fährt damit auch schon ganz gut. Aber ich denke, es ist wichtig, dass, also ich rede da auch relativ viel drüber in meinem Freundeskreis und die hören da auch immer gespannt zu. Also ich zwinge da auch niemanden dazu, jetzt zu sagen, mach was. Aber sie finden es dann doch immer relativ spannend, dass man eigentlich sieht, dass der Kapitalmarkt, viele denken ja immer, das ist so ein Casino, Roulette spielen und das ist es eigentlich nicht. Wenn man mit einer soliden Basis, mit einer soliden Strategie und einer soliden Taktik daran geht, kann man eigentlich grundsätzlich ja zum Beispiel mit einem ETF-Sparplan auf einem ETF-Weltdepot, kann jeder anfangen und man beteiligt sich an allen. Also man beteiligt sich an der Allgemeinheit sozusagen ja auch an dieser ganzen Welt-AG. Und das finde ich eigentlich, ja ich finde, es ist der entspannteste Weg eigentlich, um finanziell frei zu werden, ist sowas. Ja, bei mir ist es relativ ähnlich. Also ich habe relativ wenige aus der Familie, die investiert sind, mal abgesehen von ein paar wenigen, die es aber erst danach gemacht hatten oder eben bereits im Immobiliengeschäft tätig sind und da eben Einnahmen generieren. Ansonsten, wenn ich auf neue Leute treffe oder irgendwelche, die ich halt neu kennenlerne, dann ist das schon immer erst mal so ein, ja, so ähnlich wie beim Philipp gerade, wo man sagt, so hä, wie, Casino, Zockerei. Aber insgesamt kann ich das nur bestätigen, dass viele dann gespannt zuhören und manche sind dann auch recht angetan und wollen dann auch wissen, wie macht man das was und was muss ich beachten und daher hat man das auch wieder als Anhaltspunkt, dass dann die Nachfrage größer wird. Ja, als kurzes noch dazu. Ich hatte in Kanada, hatte ich in der Schule ein richtiges Fach, das nannte sich Stocks and Economics und da wurde so ganz normal als Schulfach wurde über die Wirtschaft, die wirtschaftlichen Zusammenhänge, wie sich der Aktienmarkt, der Kapitalmarkt zusammensetzt. Also da war das so gang und gäbe und da waren dann auch schon so 15, 16 Jährige, die da schon gesagt haben, wie, du hast keine Aktien. Also da war ich dann so derjenige, der so, was, der Philipp hat keine Aktien, was soll das? Also warum hat er das nicht? Will er mal später arm werden oder so? Also es war total komisch, das eigentlich so diese Sichtweisen zu sehen. Ein Fach, was in jedes, in jede Schule gehört, in jedes Bundesland, in jede Schule schon recht früh beginnen sollte. Einfach, damit man da mal später abgesichert ist. Aber naja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also Börse in der Schule, das ist oder auch vielleicht einfach mal Finanzen und Nützliches in der Schule, das wäre auf jeden Fall, das wären Fächer, die in Deutschland mit auf den Stundenplan drauf gehören. Und vielleicht wollen wir auch mal so ein bisschen darauf schauen, was ihr beide denn auch dadurch gelernt habt. Zum einen natürlich durch das Schulfach, aber zum anderen durch die Erfahrungen der letzten Jahre. Und gebt den Zuhörern doch gerne mal einen Einblick in euer Depot. Also wie sieht das Ganze aus? Sind da Aktien drin? Sind da ETFs drin? Investiert ihr in Immobilien? Habt ihr Rohstoffe wie zum Beispiel auch Gold mit dabei? Fasst ihr Krypto und P2P an? Wie ist das allgemein strukturiert? Also ich muss sagen, ich habe sehr, sehr viel Lehrgeld bezahlt, weil ich habe mich dann ja wirklich erst aktiv damit beschäftigt, mit meiner Rückkehr und auch als ich ein bisschen Geld hatte nach der Ausbildung. Und da war es ja wirklich, also ich hatte ein Depot bei der Postbank, glaube ich. Und dann ging das, da hast du dann so Intel gekauft, da standen die noch bei 25 Euro und dann hast du alle drei Sekunden geguckt, wo steht die Aktie jetzt und dann verkauft, ach und hin und her getradet eigentlich. Also die richtige Struktur bei mir ist eigentlich erst reingekommen, so vor zwei, drei Jahren, als ich da meinen Mentor kennengelernt habe. Durch einen dummen Zufall über ein Forum, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Und ich persönlich investiere mein eigenes Geld demnach, dass ich zum Beispiel gar keine zyklischen Unternehmen kaufe. Also sowas wie Automobil, Shell und also das kommt bei mir gar nicht ins Depot. Ich achte sehr, sehr auf die operative Marge, dass diese nicht zu stark schwankt, weil mein Manko ist immer, ich möchte egal wann, egal wo, egal wie, dass die Dienstleistungen und Produkte von den Unternehmen, in denen ich investiert bin, auch gekauft werden. Aktuell habe ich circa, oder ich kann mal kurz gucken, ich habe aktuell, ich glaube, 14 Werte im Depot, fühle mich damit auch pudelwohl, habe jetzt auch den Crash, sage ich jetzt mal, der letzten Wochen nicht genutzt, um neue Positionen aufzubauen, sondern eher um die Bestandsprovision, also die Bestandsposition weiter auszubauen und nachzukaufen, weil ich denke, ich habe mal, der Warren Buffett hat das mal ganz gut gesagt, der hat gesagt, das was du, also kaufe etwas und einfach geh davon aus, diese Firma gibt es jetzt zum Beispiel mal 10 Jahre am Kapitalmarkt nicht oder würdest du eine Aktie jederzeit wieder kaufen, dann kannst du sie behalten. Wenn du sie nicht mehr kaufen würdest, gibt es auch keinen Sinn, sie zu fair, also weiterhin zu behalten. Und ich bin nicht wirklich breit aufgestellt, also ich bin viel in, ich versuche trotzdem zu diversifizieren, aber trotzdem nur in den Nischen, wo ich auch was darunter verstehen kann. Und wir machen ja immer diese Checkliste auch in unseren Videos und daran orientiere ich mich eigentlich auch. Also verstehe ich das Geschäftsmodell, glaube ich, dass in zum Beispiel 15 Jahren eine CVS Health, eine Disney oder eine Microsoft stärker sein wird als jetzt, weil langfristig gehe ich immer davon aus, dass Gewinne die Börsenkurse treiben, aber ich möchte natürlich auch nachhaltige Gewinne. Auf Dividenden lege ich gar nicht so großen Fokus, stehe dem ganzen Thema Dividenden auch relativ kritisch gegenüber. Ich finde, in jungen Jahren sollte man nicht auf hohe Dividenden setzen, aber das wenigstens, Hauptsache man macht was, das muss man auch ganz klar sagen. In Gold bin ich nicht investiert, also Rohstoffe nicht. P2P auch nicht, war ich mal investiert mit. Das hast du ja auch bei uns dann schon mal näher erläutert, auch im Podcast. Aber das ist mir einfach so ein bisschen so suspekt, weil ich bin immer so der Meinung, Werterhalt schaffen für mich immer Unternehmen. Und Immobilien, ja, bewohne ich auch selber. Also ich bin nicht, der Marcel wird da ja gleich vielleicht ein bisschen mehr zu erzählen, der ist ja hier unsere Vonovia der Herzen. Und damit ab zu dir, Marcel. Ja, danke. Das ist ja fast ein Kompliment. Nein, ich, ja, genau so. Bei mir sind es auch, ich habe Immobilien tatsächlich, die ich bisher erfolgreich vermieten darf. Das ist sehr schön, nur bin ich wahrscheinlich der freundlichere Vermieter als Vonovia sein sollte, so wie man immer hört. Genau, zusätzlich oder angefangen hat das Ganze mit Aktien aber. Auch mit kleinen Positionen, BMW war das damals, ja, genauso wie Philipp, wirklich aller Sekunden auf Aktualisieren gedrückt. Ein paar Cent hoch, ein paar Cent runter, das waren ja noch kleinere Beträge damals. Und ja, dabei sicherlich auch viel Geld verbrannt, vor allem oder Gebühren. Und dann kam dann, ja, das Depot ist dann immer stärker gewachsen. Neben den Immobilien kamen dann tatsächlich dann auch P2P-Kredite, aber eben auch einen kleinen Umfang. Das finde ich nach wie vor spannend. Würde ich auch aufstocken oder werde ich auch aufstocken. In meinem Depot aktuell sind 28 Positionen. Und dabei gehe ich auch vor. Und das habe ich dann festgestellt, also ich merkte so, BMW, hm, okay, wird es in Zukunft mehr Autos geben oder vielleicht auch mehr von BMW. Und dann habe ich mir gedacht, so, ah, nein, eher nicht. Also so eine Branche, die da recht im Wandel steht. Und nein, ich möchte lieber Unternehmen im Depot haben, wo ich weiß, dass sie in wirklich 15 bis 20 Jahren nach wie vor unverzichtbar sind, vielleicht auch schon eine Größe erreicht haben, die nicht so schnell zu erreichen ist. Ähm, ich muss das Geschäftsmodell verstehen. Ich muss es auch irgendwie mögen. Also es gibt so bestimmte Sachen, so Verpackungsmaterial. Ich weiß nicht, ist super. Ich bin großer Fan von dir. Tolle Rendite. Ja, ja, eben. Das ist mir so eingefallen, weil du ja so großer Fan bist und irgendwie wäre ich damit nicht warm. Das sehe ich lieber so in der Microsoft, wo ich weiß, okay, da hat jeder jeden Tag damit zu tun. Und es ist wahrscheinlich auch nicht ganz vergleichbar, aber dennoch so als Idee oder Apple, wenn ich, ich bin ja selbstständig, sehe das ja ganz häufig, wie auch Apple-Geräte über den Ladentheke gehen und dann denke ich mir so, wow, also was da passiert. Und ja, das ist dann so auch die Strategie. Dividende ist mir auch nicht wirklich wichtig. Mir geht es eher um Wachstum. Deswegen habe ich auch nicht immer fundamental Vertretbare, würde jetzt Philipp sagen. Ich habe da bestimmt ein paar im Depot, wo er sagen würde, nee, das wäre mir zu heiß. So einen Quatsch tue ich ja nicht an. Aber du konntest mich ja schon ein bisschen bekehren. Das muss man auch sagen. Also ich konnte dir ja eher Liquid aufschwatzen und du mir eine Wirecard. Ja, zum Beispiel, genau. Also ich dachte mir immer so, was bringt mir das, wenn ich Daimler jetzt 25, 30 Jahre halte, dann habe ich die Dividenden mitgenommen, aber am Ende hat der Kurs nichts gemacht. Also es ist nirgendwo nach oben gegangen, obwohl ich jetzt die Zeit habe und sage, okay, ich kann ein bisschen mehr Risiko eingehen. Kaufe mir halt eine Apple oder eine Amazon nahe des Alza-Tors und dennoch läuft die halt weiter und weiter und weiter und ja, da ist dann auch mal sowas dabei wie SolarEdge oder so. Das halte ich dann auch nicht ewig, aber wo ich zumindest eine gute Zukunft sehe, dass das dann auch ein bisschen PS auf die Straße bringt, das Kapital vergrößert und dann später mal in Dividenden umzuschichten, dass man dann doch hier und da dann besser ist. Ja, aber es kommt ja auch mit der Zeit, ne? Mit dem Zins, das haben wir ja auch mal besprochen in einem unserer Podcast, also lieber eine Visa mit 1% Dividende, die jährlich um 10-20% wächst, als eine AT&T, die mit einem Cent im Jahr wächst. Also das sind, aber ich würde schon sagen, Marcel, du bist ja schon der aggressivere Investor von uns beiden. Definitiv. Ich achte auch, seitdem ich dich kenne, noch mehr auf fundamentale Daten. Vorher habe ich eher so die Tendenz rausge, ich sage jetzt mal ganz salopp gespürt, also man hat halt die Zahlen gesehen, okay, ist gewachsen, ist gewachsen. Da habe ich mir jetzt keine große Rechnung aufgemacht und habe dann halt gesagt, ich investiere. Dank dir bin ich dann aber eben tiefer reingekommen und konnte das dann auch ein bisschen qualifizieren. Das fand ich schon ziemlich gut. Ich achte ja dank dir auch schon immer mal mit auf den Chart, also ob da ein Boden erreicht ist oder sowas. Früher habe ich das ja mal für ein bisschen Hokuspokus gehalten. Aber ich denke, das Mirko ist auch das Schöne bei uns. Wir ergänzen uns da auch sehr gut, auch in den Videos, auch in den Depots. Also wir haben ja auch, über die Firma werden wir dann ein gemeinsames Depot einrichten, worüber wir auch berichten werden, wie wir investieren. Und das glaube ich, das wird sich da auch schön widerspiegeln, auch für unsere Zuhörer und Zuschauer. Genau, das wäre bei mir dann das vierte Standbein quasi, das Unternehmen selber nochmal. Genau, das ist ja so das Ziel. Ja, dann ganz vielen Dank für den Einblick in eure Depots. Ihr habt ja jetzt schon so einige Stichwörter fallen lassen und die Chance möchte ich ganz gerne nutzen, um noch ein bisschen weiter auf eure Investitionsstrategie einzugehen. Denn zum einen wurde, hat gesagt, ein Mentor an der Börse, der wirklich viel beigebracht hat. Zum anderen sind jetzt aber auch Wörter wie Ethik und Moral gefallen. Und da interessiert mich natürlich und wahrscheinlich auch die Zuhörer, inwieweit euch das stört, wo es dann vielleicht sogar aufhört. Hört es schon bei Alkohol, bei Zigaretten, bei Nikotin auf? Hört es bei Atombauern auf? Jetzt bin ich gespannt. Wie wählt ihr eure Aktien so aus? Und jetzt ist auch noch, gerade eben gefallen, nicht ewig halten. Da ist auch die Frage, seid ihr klassisch eher buy and hold, beziehungsweise buy and hold und check oder habt ihr auch Trading-Positionen bei euch drin? Also ich persönlich habe gar keine Trading-Position, weil ich auch jetzt gemerkt habe oder ich war auch sehr froh, ich habe diesen Crash eigentlich sehr gut überstanden, weil ich auch wirklich nicht reingeguckt habe ins Depot. Bei mir ist es doch eher so ein buy and hold, aber trotzdem auch immer mal ein Check, aber eher Check zum Nachkaufen, weil ich gucke trotzdem jedes Jahr, wie hat sich die operative Marge entwickelt, was passiert hier, wie entwickeln sich Unternehmen, weil es gibt ja auch ganz spannend, also finde ich persönlich auch immer mal Geschäftsberichte zu lesen. Da gibt es zum Beispiel Unternehmen, da sieht man eigentlich mal, wie die eigentlich wirklich ihr Geld verdienen und zum Beispiel Fresenius ist da immer so mein Beispiel. Also viele kennen ja Fresenius als Anbieter von, nicht als Anbieter oder als Betreiber zum Beispiel von den Helios-Kliniken oder auch von Krankenhäusern, aber damit verdienen die gar nicht das meiste mit ihrem Geld. Also das meiste Geld verdienen die ja wirklich mit ihrem Bereich Kabi, also mit den Ersatznahrungsmitteln, mit Pharma-Medikamenten, damit verdient Fresenius richtig Geld, also auch dieses Dialyse, alles. Und das finde ich immer so spannend und da sieht man auch, wenn man das mal sich vergleicht, wirklich mal, also wenn man sich die Arbeit macht, um zu sagen, ich möchte einen Konzern verstehen und deswegen gehen wir ja auch immer in unseren Analysen wirklich die Segmente durch, weil man sieht dann auch mal einen Trend, wohin entwickelt sich ein Konzern. Da sieht man zum Beispiel auch eine Henkel hat sehr, sehr viel investiert in ihre ganze zyklische Sparte Klebstoff und das ist zum Beispiel für mich dann auch ein Thema, warum Henkel für mich nie als Investment für Konsumgüter in Frage kommen würde. Aber dann sieht man zum Beispiel auch eine Johnson & Johnson, also wenn man sich das mal durchliest, richtig die Segmente, dann sieht man, die sind breit aufgestellt, haben drei Standbeine und sie versuchen auch aktiv durch Zukäufe immer so eine Waage zu halten, also dass der Konsumgüterbereich, der Pharma-Bereich und der Medizintechnik-Bereich eine ausgewogene Balance einfach auch hält. Ethisch muss ich sagen, spielt bei mir schon eine Rolle mit, ich habe keine Tabakaktien mehr mit im Depot oder Podcast-Hörer von uns hören das ja auch oft, dass ich da immer gehapert habe, British American Tobacco kaufen, ja oder nein. Aber bei mir geht es jetzt doch immer mehr und mehr in die Richtung buy and hold. Ich glaube auch nicht, dass ich jemals so viele Werte wie der Marcel im Depot haben werde, also für mich steht eigentlich mehr und mehr fest, ich liebe Eugel auch immer mal mit ETFs, traue mich aber immer nicht, weil ich ja vielleicht auch dumm genug bin zu glauben, ich kann den Markt auf lange Sicht schlagen. Deswegen ist das für mich noch kein Thema, aber es könnte für mich später auch mal ein Thema werden, dann auch den Großteil meines Geld auch in ETFs einfach zu investieren und da die Marktrendite mitzunehmen. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Marcel. Ja, also ETFs bin ich auch erstmal, also gar nicht auf dem Schirm, werde ich auch nicht kaufen. Ja, Strategie ist bei mir so, insofern ein Thema, ich bin nicht unbedingt festgelegt, dass ich sage jetzt, ich muss, wenn ich kaufe, buy and hold Positionen haben. Also ich bin da schon flexibel und kann unterscheiden zwischen, also für mich unterscheiden, dass es ein paar Unternehmen gibt, die werde ich wirklich nicht mehr verkaufen, also sehr wahrscheinlich nicht, wenn sich nicht grob was ändert. Aber ich habe so ein paar Positionen, wo ich sage, so das ist eigentlich eine Chance, die nutze ich jetzt einfach mal, so eine Alrobert jetzt zum Beispiel ist extrem günstig und also aus meiner Sicht, das muss jeder immer selber entscheiden. Und das weiß ich auch, das halte ich dann nicht ewig, sondern da würde ich im Zweifel dann auch einfach mal Gewinne mitnehmen, die ja dann wiederum investiert werden können in vielleicht auch schon wieder eine buy and hold Aktie. Also das würde ich gar nicht so ganz so sehr festlegen. Da bin ich auch kein großer Fan von festgelegten Strategien, die unbedingt, also nur, damit man sagen kann, dass man eine festgelegte Strategie hat, durchgezogen werden muss. Ansonsten Moral, naja, ich habe eine Autry am Depot, also bei Zigaretten hört es bei mir noch nicht auf. Ja, ich sage mal klar, Kriegsaktien sind immer ein bisschen so eine Schwierigkeit, da muss man sicherlich aufpassen. Also je nachdem, wie man es argumentiert. Ich finde, man kann das dann durchaus auch einfach ausschließen. Ja, und es kommt ja auch darauf an, womit man sich wohlfühlt. Also das ist so, das ist eigentlich, glaube ich, so das Wichtige. Würdest du eine Aktie jetzt kaufen, die du schon seit zehn Jahren hältst, dann kannst du sie auch drin behalten. Wenn du sie nicht mehr kaufen wollen würdest, warum würdest du etwas behalten oder haben wollen, was du jetzt gar nicht mehr besitzen wollen würdest? Das ist so, glaube ich, so unser Gedanke auch dahinter. Ja, genau. Wenn das Geschäftsmodell eigentlich mehr zusagt, dann warum? Ja, dann schade ums Geld. Einfach direkt dahin, wo man sagt, okay, da fühlt man sich einfach wohl. Man kann da nachts schlafen von mit. Ja. Zusammengefasst, glaube ich, spreche ich für uns beide. Buy, hold and check. Okay, vielen Dank für den Einblick in eure weitere Strategie. Das sind sehr viele wichtige Punkte, die ihr da tatsächlich gesagt habt. Aber was ihr jetzt auch gesagt habt, ist, ihr habt den aktuellen Crash angesprochen und wir nehmen das vielleicht für alle Zuhörer als Information, diese Folge am 27.03. auf. Was ist denn bei euch beiden in den Depots so passiert, seitdem Corona um die Welt wütet? Also bei mir sind, ich glaube, ich habe knapp 22 Prozent verloren. Bin jetzt aber auch wieder ins Plus. Also ich habe eigentlich die Chancen genutzt, um nachzukaufen. Also ich habe zum Beispiel eine Bayer ordentlich aufgestockt. Ich habe eine Intercontinental Exchange gekauft. Auch eine Microsoft und eine Southern Company und eine Unilever. Das sind so die, wo ich überall entweder investiert habe oder aufgestockt habe. Aber ich habe jetzt nicht, also eigentlich wirklich neu gekauft, habe ich eigentlich nur eine Microsoft und eine Southern Company, um da auch einfach mal die Chance zu nutzen. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, Marcel. Ja, also ich habe es jetzt auch nicht ganz in Zahlen, wie viel mich jetzt nun dieses Coronavirus oder zumindest das als Auslöser der Krise gekostet hat an Prozenten. Ist mir ehrlich gesagt auch nicht ganz so wichtig gewesen. Einfach, weil ich ja auch nicht heute verkaufen möchte. Also ist klar, das gesamte Depot ist ein bisschen, also auch ein bisschen ins Minus gegangen. Aber letzten Endes ist der Stand heute oder morgen für mich nicht relevant, weil ich tatsächlich das langfristige sehe. Und da wird es dann auch einfach ein positives Ende geben. Deswegen gehe ich da recht entspannt auch in diese oder durch diese Krise und werde natürlich dann bei Gelegenheit aufstocken. Ich habe jetzt eine Microsoft endlich gekauft. Das ist für mich der Wahnsinn. Ich habe es nie geschafft und jetzt habe ich die Chance genutzt. Ansonsten bin ich bereit, da recht viel auch aufzustocken, sobald da für mich als Chart-Techniker auch im Boden erreicht ist. Okay, das heißt auf jeden Fall, die Corona-Krise hat natürlich eure Depots erstmal erwischt. Aber im Sinne von Buy and Hold and Check ist das wahrscheinlich alles halb so wild. Nun hat das Ganze mit der Corona-Krise allerdings ja noch gar nicht so sein Ende gefunden. Und die Experten sind sich auch um einiges uneinig, wann es denn aufhört. Wie sieht denn da eure Strategie für die weitere Zukunft aus? Wann würdet ihr weiter nachkaufen? Habt ihr euch da schon eine Strategie zurechtgelegt? Also bei mir ist es tatsächlich so, ich habe, ich investiere jeden Monat. Ich habe eine Watchlist, wo ich ja wirklich sehr, sehr stark, je weniger die operative Marge schwankt, desto mehr hat man das Glück eigentlich über das KGV eine Aktie zu beurteilen. Und Gewinne sind für mich was Greifbares. Und dann ist es wirklich so, dass ich einfach mal gucke auf meiner Watchlist, wer ist denn unter seinem historischen Schnitt, also dem Median. Und da schlage ich dann eigentlich auch zu, wenn sich aus meiner Sicht die Geschäftsmodelle nicht großartig ändern. Also ich denke immer, dass die größte Chance, die wir hier haben in so einer Situation, ist ja, dass einiges einfach mal mit runterkommt, was deutlich überbewertet war. Also so eine Überbewertung kann ja auch mal zwei, drei, vier, fünf Jahre anhalten. Und dann hat man auch einfach mal Glück zu sagen, Mensch, hier, da kann ich jetzt auch einfach mal einsteigen. Also oder dann halt auch mal gezielt Nachkauf tätigen, um vielleicht auch ein bisschen das Depotgleichgewicht zu halten. Aber ich schaue zum Beispiel auch nicht, viele gucken ja, wenn sie ihr Depot aufschlüsseln, dann sagen sie zum Beispiel, ich bin zum Beispiel investiert in Amazon mit 3.000 Euro, in Microsoft mit 2.000 Euro und in eine, was weiß ich, Fresenius mit 4.000 Euro. Wichtig ist für mich, wo erwirtschaftet mein Depot eigentlich Gewinne. Also in welchen Segmenten wirklich, dass man jetzt zum Beispiel sagt, eine Fresenius macht zum Beispiel 40% mit Kabi. Und dann rechne ich das wirklich auch aus und sage, Mensch, mein Depot macht da und da eine Gewichtung nach Gewinn. Und das kann ich jedem mal nur empfehlen, also nach dem Gewinn je Aktie mal eine Gewichtung zu machen. Weil als Beispiel, ich habe eine CVS Health, die hat bei mir eine Depotgewichtung von 7,72%, ist aber so günstig vom KGV her, dass sie einen Gewinn je Aktie für mich insgesamt für mein Depot erwirtschaften, also für mich als Aktionär, dass sie doch eine Gewichtung haben von 13,36%. Also ich finde, es verzerrt immer den Blick, wenn man sagt, 40% meines Depots liegt zum Beispiel in einer Wirecard, die noch nie eine sehr hohe Bewertung hat. Und wenn man dann aber eine CVS Health hat, die wirklich eine geringe Bewertung hat, aus meiner Sicht, also das muss natürlich wie immer jeder selber entscheiden, da hat man dann aber den Vorteil, dass man wirklich auch selektieren kann. Und ich kann das jedem nur empfehlen, weil man darf eins nicht vergessen. Wenn man investiert ist in eine Aktie, dann ist man Eigentümer mit am Eigenkapital vom Unternehmen. Und damit, finde ich persönlich, ist es auch die Pflicht von jedem, sich damit auch auseinanderzusetzen und zu wissen, Mensch, wo investiert mein Unternehmen oder was macht das Unternehmen eigentlich mit dem Geld, was ich ihm zur Verfügung stelle und wo auf der Welt werden die Gewinne erzielt und auch in welchen Segmenten. Wie siehst du das, Marcel? Ja, also bei der Strategie um Corona, dort habe ich mir tatsächlich eine feste Strategie zurechtgelegt. Und zwar sehe ich da ja noch keinen Peak. Also wir haben ja immer noch, ich sage mal, die Nachrichtenlage ist ja weiterhin brenzlig und ich warte tatsächlich dieses Peak ab. Also so einen Moment, wo man einfach feststellt, okay, Leute, das mit dem Quarantäne und das Aussetzen, alles zumachen, das scheint jetzt hier keinen Sinn mehr zu machen, weil am Ende sind die wirtschaftlichen Folgen wahrscheinlich schlimmer, als das das Coronavirus anrichten könnte. Und insofern warte ich auf dieses Peak ab. Trump hat das ein bisschen angekündigt, weil er ja eben auch sagt, ja, das muss ja bald mal ein Ende haben mit dem ganzen Abschotten. Und dieses Peak warte ich ab und dann würde ich erst nachkaufen, weil dann sehe ich auch wieder steigende Kurse, weil es wird an der Börse die Zukunft gehandelt. Das heißt, es geht also nicht darum, jetzt unbedingt 2020, das Jahr ist geschenkt, das ist eingepreist, das haben wir alle in den Kursen jetzt gesehen. Und in Zukunft werden dann auch Unternehmen wieder normal Gewinne generieren können, Umsätze generieren können, wenn nicht wieder alles dicht gemacht wird, das ist natürlich wichtig. Und deswegen ist das auf jeden Fall meine Strategie. Ich habe gelesen, Marcel, der Boden ist erreicht, wenn es wieder Klopapier in den Regalen gibt, am Abend bei den Supermärkten. Dann müsste ich direkt kaufen, ich habe heute welches gesehen. Heute Abend noch? Ja, Nachmittag, später Nachmittag. Nee, 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 kurz vor Ladenschluss. Ah ja, okay. Ja, sehr gut. Also das ist auf jeden Fall sind das sehr interessante Sichtweisen, sehr interessante Strategien, vor allen Dingen auch das mit dem Toilettenpapier. Ist ja jetzt besonders interessant, ich musste von meiner Seite aus jetzt über einen Campingladen online Toilettenpapier bestellen, weil alle vier Supermärkte hier in meiner Umgebung das nicht mehr hatten, zu keiner Tagszeit, zu keiner Nachtzeit, weil es tatsächlich weggehortet wurde einfach. Da sind natürlich auch die Social Medien, die sozialen Medien immer so ein bisschen dran schuld, denn wenn leere Regale da irgendwo gepostet werden, dann ist es ein bisschen die selbsterfüllende Prophezeiung. Aber vielleicht genug von Toilettenpapier. Ihr habt jetzt einige spannende Strategien und Herangehensweisen auch gerade um die Krise genannt. Die Zuhörer interessiert natürlich auch häufiger, welche Aktien habt ihr denn gerade auf eurer Watchliste und was wäre, ohne dass wir hier irgendeine Form von Anlageberatung tätigen wollen, so ein Unternehmen, das für euch jetzt gerade echt spannend ist? Also ich könnte ja mal meine Top 3. Ich glaube, wenn ich jetzt wirklich Geld hätte zum Kaufen, ich würde mir ein Investment in Fresenius überlegen. Dazu finde ich sehr, sehr spannend eine Danone und die ICE, die Intercontinental Exchange, gibt es auch eine Analyse bei uns auf dem Kanal. Das ist der weltweit größte Börsenbetreiber und da freust du dich eigentlich, wenn du hörst, die Kurse gehen rauf oder runter, weil die verdienen mit jedem Aktienhandel Geld. Bei dir, Marcel? Bei mir ist es so, ich habe ja Nummer 1 schon nachgekauft, also überhaupt gekauft, Microsoft. Als Nummer 2 ebenfalls die ICE. Die finde ich sehr, sehr spannend, weil durch den höheren Handel werden sie ja wahrscheinlich noch mehr verdienen, also einer der Profiteure auch von dieser Krise. Dann ja so auf der Wunschliste steht Thermo Fischer mittlerweile ganz oben mit, die sicher günstig sind, genauso wie eine Parker Hennefein. Und Johnson & Johnson habe ich auch auf der Watchliste. Okay, auf jeden Fall auch wieder sehr interessante Unternehmen, wovon auch einige bei mir auf der Watchliste stehen. Dann wollen wir vielleicht einmal weitergehen zu der nächsten Frage, denn am Anfang des Interviews ist schon das Wort Leergeld gefallen und da ist die Frage, was ist denn bei euch jeweils das größte Learning an der Börse gewesen, sei es durch einen großen Fehler, den ihr vielleicht mal gemacht habt, durch einen Glücksgriff oder durch eine andere Situation? Also ich glaube mein, ja das Learning war auch, dass man Fundamentales also wirklich beurteilen kann, wie man will, aber der Markt entscheidet am Ende trotzdem selber. Das musste ich schmerzlich bei Bayer feststellen. Also bei Bayer, ich bin bei 120 Euro eingestiegen, weil ich wirklich dachte, diese Übernahme von Monsanto ergibt Sinn, ist strategisch wertvoll und ich bin immer noch davon überzeugt, dass Bayer irgendwann eines der wertvollsten Unternehmen der Welt wird. Dann, das war wirklich so mein Learning und das, also immer wenn ich Bayer mir angucke, ich bin da auch noch minus 50 Prozent jetzt aktuell oder jetzt sind es nur 49, irgendwas. Da bin ich aber, da halte ich auch fest dran, ich glaube daran, ich habe auch schon nachgekauft. Mein größter Glücksgriff war zum IPO wirklich, konnte ich Beyond Meat Aktien kaufen und ich hatte das große Glück, Beyond Meat schon vorher mal im Ausland probieren zu dürfen vor dem Börsengang und ich war wirklich begeistert, also ich bin nicht vegan oder vegetarisch, aber das war für mich schon wirklich ein Hammer oder ist für mich ein Hammer Fleischersatz und ich weiß noch, ich war spazieren und das war so um Juli, August rum und dann hat Marcel, du hast mir geschrieben, du hast gesagt, Philipp, du musst jetzt raus und ich war schon 300 Prozent im Plus innerhalb von ein paar Wochen und habe dann auch wirklich verkauft, habe mich gefreut und habe dann auch davon meine Wunschaktie dann gekauft, die Air Liquide und halte diese seitdem auch, ist ein tolles Unternehmen und bin einfach vollends zufrieden damit und danke auch nochmal Marcel, dass du mir gesagt hast mit dem Chart, weil jetzt aktuell stehen sie ja bei unter 60 Euro oder bei knapp 60 Euro und da werden meine Gewinne eigentlich schon fast wieder alle aufgefressen gewesen. Ja, sehr gern, ja, mein Fehlgriff, also allgemein ein Fehlgriff war für mich Optionsscheine zu kaufen, dabei habe ich recht viel Geld verbrannt, einfach, ich würde sogar sagen, Gier frisst Hirn in dem Moment, das habe ich dann ad acta gelegt, wollte ich dann nie wieder haben und machen, klar, wenn man sich damit beschäftigt, passt das sicherlich auch, aber in meinem Fall war das einfach wie so ein Zeichen, lass es einfach und was Aktien betrifft, war Nordex mein absoluter größter Fehlgriff, die hatte ich tatsächlich zum Brexit-Tag gekauft und erhofft, schnelle Gewinne mitzunehmen, das war so eine Trading-Position und ja, der Gegenteil war der Fall und wo sie jetzt rumtümpelt, das sehen wir ja, ich habe sie zum Glück bei 7 Euro dann verkauft. Ja, viel besser, Glücksgriff, der hat auch das Ganze an Verlusten bei Nordex und auch sogar von den Optionsscheinen wieder rausgeholt, das war die Amazon-Aktie, die hatte ich dann einfach gekauft und ich dachte mir so, ach hier, Höchstpunkt, egal, die steigt einfach weiter, es ist ein geiles Unternehmen. Bei 788 Euro hatte ich die dann eingesammelt und seitdem halte ich die, auch stur, auch die nächsten Jahre wahrscheinlich, also ich wüsste nicht, was passieren müsste, dass ich da rausgehe und ja, das war schon ein ziemlicher Renditebringer, ja. Auch der Punkt, wo ich dann sagte, jetzt mehr Wachstum. Okay, natürlich hoffe ja auch ich, dass Amazon die nächsten Jahre immer weiter steigt und weiter steigt, weil das auch eine meiner mit den sehr interessantesten Aktien ist, die ich ganz gerne verfolge, einfach weil ich auch gerne bei Amazon Kunde bin und das Ganze doch sehr praktisch ist. Nun waren wir gerade beim Thema größtes Learning und auch Fehler. Einige Fehler lassen sich natürlich vermeiden und zwar, wenn wir uns die Fehler von anderen angucken und da gibt es in der Finanzbranche ja die unterschiedlichsten Bücher, die auf dem ganzen Markt unterwegs sind und vielleicht auch über Amazon bestellt wurden. Welche Bücher haben euch denn am meisten weitergebracht an der Börse? Also für mich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nur zwei Stück gelesen und das war der Kostolani und das Buch von Peter Lynch. Also ich bin ein großer Fan von Peter Lynch. Ich habe, weil ich mich ja schon so ein bisschen als Modern Value Investor bezeichne, habe ich von Graham, habe ich das Buch wirklich da? Also, aber ich muss auch sagen, ich finde es extremst schwer zu lesen, dass es, ja, das ist wie sein Value Investing oder seine, ja, wie seine Strategie funktioniert. Das liegt bei mir auf dem Nachtschrank schon seit einem Jahr und ich kämpfe mich da immer mal, wenn ich eine Muse habe, mal durch Kapitel für Kapitel, aber ich kann jedem nur empfehlen, den Kostolani zu lesen und dann auch den Peter Lynch auf jeden Fall. Wie schaut es bei dir aus? Ja, ich hatte angefangen tatsächlich mit dem Kostolani auch, weil es halt doch für mich eine super Geschichte, ein super Leben war, was er da gelebt hatte. Und ich frage mich auch heute immer wieder mal im Moment, was würde Kostolani tun, wenn er heute noch lebt, würde. Das finde ich allgemein immer spannend, auch in Bezug seiner Voraussage des neuen Marktes damals. Dann Richard Portet, so grundsätzlich noch mal zwei Einstellungen und Lebensweise, wobei das ging schon vorher, konform. Und, ja, tatsächlich, Kapitalismus ist die Lösung, ist nicht das Problem, sondern die Lösung, genau, richtig, von Dr. Zittelmann. Das fand ich sehr, sehr spannend, noch mal einfach um volkswirtschaftliches und Zusammenhänge in der, ja, grundsätzlichen Struktur mal kennenzulernen und das mal einzuordnen. Schön, das sind einige sehr interessante Bücher, die ihr da genannt habt für alle Zuhörer. Die werden wir auch in der Videobeschreibung, wenn ihr dann jetzt auf YouTube seid, beziehungsweise in den Shownotes, wenn ihr bei einem Podcast seid, die werdet ihr dann auch dort finden. Denn gerade zum Buch vom Dr. Rainer Zittelmann, diese Bücher lassen sich zurzeit auch kostenfrei auf Spotify hören. Also, wenn der ein oder andere Lust hat, sich das Ganze als Hörbuch zu geben, dann kann er da einmal hinschauen. Wir gehen in diesem Interview jetzt weiter zur nächsten und tatsächlich auch schon zur letzten Frage, die ich hier habe. Das ist nämlich die Frage, wenn ihr Aktien auswählt, worauf achtet ihr und welche Tools benutzt ihr hierfür? Ja, bei mir, wie schon erwähnt, operative Marge, so weniger Schwankungen wie möglich, deutet für mich hin auf eine hohe Preissetzungsmacht. Tools, die ich nutze, muss man ganz klar sagen, man muss mit offenen Augen durch die Welt gehen und man kann da sehr, sehr spannende Unternehmen auch entdecken. Auch nutze ich Finanzmagazine, um da wirklich auch mal zu sehen, Mensch, was ist das? Dann schaue ich mir meist die operative Marge an, wie ist die Schwankung? Und da sagt ja auch Peter Lynch, gewinne die über 50% schwankenden Zyklika, die sind für mich schon alle raus. Und da muss man dann sagen, sobald ich ein Unternehmen interessant finde, geht es für mich rein in die Geschäftsberichte. Und da muss man sich so ein bisschen die Arbeit wirklich machen, aber ich denke, wenn man langfristig orientiert ist, buy, hold and check, dann sollte es einem schon wert sein, sich vielleicht mal einen Tag damit zu beschäftigen. Also ich glaube, die meisten Leute beschäftigen sich mehr mit einem Kauf von einem Auto, welche Sitze sie jetzt nehmen oder sonst irgendwas, als mit Aktien, als mit Unternehmen, an denen sie wirklich Eigenkapital miterwerben. Wie machst du es, Marcel? Ja, also da wir ja schon eine recht große Watchlist haben, sehe ich natürlich dann erstmal die Unternehmen, die mich interessieren. Die habe ich natürlich auf einer Extra-Liste, auf einer, wie ich sie nenne, Strong-Buy-Liste. Und dann schaue ich mir dann auch erstmal via Tools, wie bei TraderFox zum Beispiel, ohne jetzt hier Werbung zu machen oder keine bezahlte. Aber das ist für mich die Plattform, mit der ich dann Informationen herausnehme, also auch Fundamentale und eben auch Chart-Technische. Das ist durchaus wichtig für mich, denn wenn der Chart sagt, jo, das passt, dann kaufe ich natürlich auch, ja. Sehr schön. Damit sind wir bereits auch schon am Ende des Interviews angekommen. Von meiner Seite aus allerherzigsten Dank, dass ihr beiden heute hier wart. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr beide als Gast hier in diesem Podcast seid. Und das letzte Wort gehört euch. Ja, wir sagen auch Danke. Und ja, da würde ich sagen, Marcel, enden wir mit unserem Spruch, wie wir es immer machen. Ja, gerne. Und weil wir sagen, eigentlich am Ende machen wir einen Deckel drauf und dann bleibt uns eigentlich nur noch eins zu sagen, dass wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer und irgendwo einen Bullenmarkt. Wir werden natürlich wie immer versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also, bleibt dabei beim Podcast vom Finanzilluminati. Ciao. Ciao. Ja, sehr schön. Damit machen wir den Deckel drauf. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du wieder dabei warst. Hinterlasse doch gerne ein Abo und wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Wenn dir der Finanzilluminati-Podcast gefällt, dann bewerte ihn gerne auf iTunes. Alle in der Sendung genannten Infos findest du wie immer in den Shownotes sowie auf dem Blog finanz-illuminati.com. Bei Rückfragen und Wünschen stehen wir dir selbstverständlich gerne zur Verfügung. Schreib uns auf Instagram, Twitter oder Facebook. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Zuhören.